joo Freunde was geht ab ich hoffe euch geht es genauso wie es jetzt denkt ihr warum es heute so spät Video ich mache eine Nähzeit festlich ab ja moin ich kann es wieder gleich beenden weil ihr jetzt sieht schon wie ich mein Thema dekoriert ja moin neue dekoriert ich habe immer mehr jetzt gemacht mehr geht nicht im Zimmer vielleicht irgendwann wieder aber keine Ahnung jetzt sollte ich jetzt sagen ich mache keine Zeitplanen früher habe ich um zwölf gemacht aber ich habe einmal ein Video gesetzt oder gesagt ich mache eins weil ich Lust habe aber wenn Tag muss eins kommen weil wenn ich bin ich herrsche passiv also außer ich komme aus dazwischen aber ich habe jetzt genau genug Zeit gehabt ich habe jetzt noch einmal wieder was wiederlegen müssen aber jetzt habe ich Zeit ja hier sieht man das Freunde hier richtig die ganze Tür noch mehr voll gemacht hier da oben Schaukatonten und kleine Schleichwerbung hier so auf die Decke habe ich auch gemacht das geile ist ja weil die Decke klingt behindert wenn du schläfst guck wenn du so schläfst dann siehst du dein Bild gerade vor oben das ist eigentlich gar nicht mal so dumm gemacht kommen wir hier Fenster vollgemacht Zaukerecke habt ihr ja davon gesehen da habe ich auch nichts richtig verändert da muss ich dann auch ein paar Bilder bei der Zucker hier wo Rauchmelder werden da muss ich dann auch ein T-Seil machen sonst liegt das runter ja hier ganz immer Fenster ja hier alles ja hier können wir einen Daumen nach oben machen wenn ihr Bock habt dass ich am Sonntag ein Video hochladen wie meine Zukunft macht 50 Daumen nach oben das Video habe ich schon gedreht ich lade es aber nur hoch wenn ihr mir 50 Likes gibt weil ich habe mir extra reißen meinen Arsch habe mir extra da hingefahren alles also zeigt mir wie ihr aktiv seid ich habe jetzt wieder schon reingehauen liked und schreibt mir in die Kommentare Hashtag Alberto und jetzt muss ich das noch festmachen ich schaue jetzt bei Dortmund und wünsche euch noch einen schönen Abend wir sehen uns am Sonntag wie gesagt denkt an die Likes ich habe jetzt wieder Klärzimmermatratze gemacht ne Humo ja mein Tipp war ja 2.0 ich habe mir schon bei Twitter Instagram Snapchat überall gepostet die habe ich mir gekauft pro Freunde gar nicht mal so schlecht ja ein Teddy 2 Uhr kann man lassen wieder schauen reingehauen ich bin